Untertitelung des ZDF, 2020 In der Oberfläche der Dinge existiert ein Reich milliardenmal kleiner. Ein Reich, in dem der Schlüssel liegt zum Verständnis unserer Welt. Was macht Stahl so widerstandsfähig? Warum schmeckt Eiscreme so köstlich? Was hält das Leben in Gang? Geheimnisse, die uns helfen, unsere Vorstellungen zu verwirklichen. Die chemischen Kreationen der Menschheit. Es gibt nichts Schöneres. Die größten Entdeckungen der Chemie. Meilensteine in der Geschichte der Naturwissenschaften. Musik 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 Die griechischen Philosophen glaubten, es gebe nur vier Elemente. Erde, Luft, Feuer und Wasser. Musik Die griechischen Philosophen glaubten, es gebe nur vier Elemente. Erde, Luft, Feuer und Wasser. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020